Alle Leute unter einem Dach. Das Dach heisst Fussball. Es ist uns in dieser Zeit ein grosses Anliegen, dass wir Flüchtlinge im Liechtenstad willkommen heissen. Der Sport, der Fussball hat eine grosse Kraft. Er kann sprachliche und kulturelle Barrieren überwinden. Die möchten wir nutzen, damit wir mit den Flüchtlingen im Liechtenstad eine Partnerschaft aufbauen können. Damit wir sie willkommen heissen. Damit sie vielleicht im Verein integriert werden, dass sie Aufgaben übernehmen können. Im Gegenzug möchten wir uns spälerisch engagieren, Flüchtlinge im Flüchtlingsheim zu besuchen, ihnen vielleicht mal eine Tutankaste zu spendieren. Einfach zu sagen, dass sie bei uns willkommen sind. Geht, Geht! Geht, Geht, Geht! Untertitelung. BR 2018